Hashtag kalte Füße. Wir spielen jetzt eine Runde Wahrheit oder kalte Füße. In der Gruppe, ich habe geschrieben Ja Ekelhaft. Ja toll. Ja super oder? Meins war okidoki. Ich habe bekommen, danke für die Kamera, mein Herz. Ich habe bekommen, ich kann nicht, muss ein wichtiges Problem. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Kleine Schlauchreiche, Biene Maja, Maja. Jetzt bist du dran. Was ist denn mein Lieblingssong? Ich habe zur Zeit keinen Lieblingssong. Ich bin ja Maja. Ich glaube, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja. Ich habe schon so lange nicht mehr gelogen. Wahrscheinlich irgendwas wie, dass ich keine Zeit habe, weil ich schon was vorhabe. Ich schlafe schon, habe schon geschlafen oder so. Aber das ist ja jetzt rein politisch nicht deine Letzte. Das war erst letzte Woche. Was ich ganz oft benutze, ist das mit dem Herz dann. Der Mund ist so ein Strich und die Augen gucken ganz gut rein. Mach mal. Jetzt lachst du aber. Stimmt ja gar nicht. Ja, so schon eher. Das ist echt unheimlich. Ist kalt. Ist ja doof. Was peinliches. Also mir sind ganz viele Sachen auch am anderen Set passiert. Und das ist wirklich eine peinliche Sache. Aber die erzähle ich dir nicht. Dann kriegst du Eis. Warte mal, nein. Ich überlege noch. Ich überlege ja noch. Warte doch mal. Ah, das ist richtig kalt. Das ist ja eklig. Jetzt werde ich krank. Aber du hast ja auch nichts gesagt. Aber du hast doch gesprochen. Nee, es gibt doch ein Zeichen damit. Ist vorbei. Es tut weh, Leute. Was Gangster, wo? Wo Gangster? Er ist kein Gangster. Ich bin Gangster. Ich habe auch krasse Kätze hier oben. Ich bin Gangster. Meins ist Kochen. Meins ist Pizza essen wahrscheinlich. Was ist das für ein Talent bitte. Das ist ein ganz besonderes Talent. Da gibt es eine Community, die ist riesig. Ich hatte ganz viele. Engel. Herzchen. Süße. Okay. Nächste Frage. Schoki. Auch Pizza. Es war schon echt ziemlich kalt. Okay. Weiche Ei. Okay. Okay. Okay.